Dottie, wie sie später genannt wurde, hatte schon bessere Tage erlebt. Dottie hatte mehr Jahreszeiten überlebt, als jemand zählen konnte. Wie sie so lange in ihrem geschwächten Zustand überlebt hatte, war ein Rätsel. Aber es war nicht nur ihr Alter, das ihre Situation bedrohlich machte. Zwei riesige Löcher in ihrem Rücken waren von Parasiten befallen und die Infektion hatte sich ausgebreitet und ihr Leben bedroht. Eine Gruppe lokaler Retter hatten einen Anruf über einen Hund erhalten, der in einem Zaun feststeckte. Sie kamen an und fanden Dottie, ihren schwachen Körper, in den unbarmherzigen Metallstäben gefangen. Die Sonne war auf dem Weg nach unten, und sie wussten, dass sie schnell handeln mussten. Das Rettungsteam bündelte ihre Kräfte und machte sich an die Arbeit, ihre Herzen schwer von der Tragweite der Situation. Stunden vergingen, während sie behutsam um Dottie herummanövrierten, um sie zu befreien, ohne weiteren Schaden zu verursachen. Der alte Hund sah zu ihnen auf, mit einer Mischung aus Angst und Hoffnung, als ob sie wusste, dass sie ihre einzige Chance auf Überleben waren. Die Aufgabe stellte sich als schwieriger heraus, als jeder erwartet hatte, aber sie weigerten sich aufzugeben. Schließlich, als der Mond hoch am Himmel stand, gelang es ihnen, die letzte Stange wegzubrechen. Dottie war frei, aber ihre Reise war noch lange nicht vorbei. Sie wiegten behutsam ihren fragilen Körper und brachten sie in ein nahegelegenes Tierheim. Dotties Behandlung begann sofort. Die Parasiten in ihrem Rücken wurden entfernt und die Wunden geeinigt und verbunden. Die Tierärzte waren unsicher, ob ihr zerbrechlicher Körper die Behandlung überstehen würde, aber sie waren entschlossen, ihr jede Chance zu geben, zu überleben. Tage vergingen zu Wochen, und Dotties Widerstandsfähigkeit zeigte sich. Trotz ihres Alters und ihrer Zerbrechlichkeit ertrug sie tapfer die schmerzhaften Eingriffe, ihr Vertrauen in ihre Retter war unerschütterlich. Langsam, aber sicher, begannen ihre Wunden zu heilen, und ihr Geist begann durch die Dunkelheit zu scheinen, die ihre Augen so lange getrübt hatte. Mit jedem verstrichenen Tag war Dotties Verwandlung nichts weniger als ein Wunder. Ihr Fell wuchs zurück, glänzend und schön, und ihre einst leeren Augen funkelten nun voller Leben. Sie nahm an Gewicht und Stärke zu, indem sie langsam die Vitalität zurückerlangte, die ihr Alter und Vernachlässigung geraubt hatten. Die Freiwilligen, die unermüdlich gearbeitet hatten, um Dottie zu retten, bestaunten ihre Stärke und Widerstandsfähigkeit. Sie hatten ein wahres Wunder erlebt. Der alte Hund, der einmal im Zaun gefangen war und dem Tode nahe war, hatte den Willen zum Leben gefunden. Sie hatte ihnen gezeigt, welch unbeugsamer Geist selbst unter den schwierigsten Umständen hervortreten kann.